Die Vibrationen an dem... Minen von Moria, Alter. Ich habe die Bord. Ich habe die Bord. Nein, bitte! Ich habe die Bord. Wir haben die Bord. Aber dann? Wir finden etwas. Wir müssen die Bord. Wir müssen die Bord. Wir müssen die Bord. Wir müssen die Bord. Die Bord werden schnell verbring. Wir müssen uns schnell. Wir müssen uns wieder weg. Okay. Die Bord. Der Bord. Der Bord. Was ist das? 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 Ich muss einen anderen Weg finden. Komm schon, ich werde dir helfen. Sticks and stones may break my bones. Wo sind die Sticks? Ah fuck. Alter. Boah, dieses Geräusch wird mich durch die Nacht begleiten, ne? Ich werde von diesem Geräusch träumen müssen. Erstmal Zeit nutzen zum Looten. Okay. Where do you want me to go? You go. Ach so. Ach so. Bist ich Bock, ne? Boah, das Geräusch, alter. Ich habe alles, was ich sammeln konnte, schon eingesammelt. So wird zu. Wie können wir, wie können wir, wie können wir, wie können wir, wie können wir das machen? Oh, oh. Oh. Oh, oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Wir sind noch ein bisschen zu der Gehäuer. Geht's! Alles klar. Lass uns vorsichtig sein. Wir werden sicher sein, wenn wir so gehen. Kein Fall. Kein Fall. Wir werden nicht fallen. Halt meine Hand tight. Okay. What can I do? We got to get there, I think. Oh. Das Torch! Da ist der Hohel in der Gratung. Ich werde das aufbauen. Kannst du das Torch? Ja. Es ist schwer. Hugo, schnell, komm! Nein! Hier gehen wir dann, langsam. Sehr gut. Schau, da ist ein Hull. Willst du den Torch? Ja, es gibt zu viele Rats auf meiner Seite. Aber wo kann ich durch? Der Hull, hinter dir. Das ist der einzige Weg, ich kann sehen. Geh durch da, und ich will dich auf der anderen Seite. Sind du sicher? Stopp, wenn du die Rats sehen möchtest. Ich bin sehr schnell mit dir. Alles klar, aber bitte hurry. Ich werde. Oh, die Musik. Ich will den Soundtrack. Jugo, 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 Jugo. Jugo, was ist passiert? Jugo, sprich mit mir. Jugo, jbug. Jugo, auf hier. Jugo, jetzt geht es? Es wurde ruts, ich kam auf die Lichtern. Sie, sie te hat? Nein, ich habe die Good boy! Wo sind Sticks? Sticks! I need Sticks! Oh shit! Does he want to run too fast? Nein, 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 nein! Nein, 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 nein! Hugo, ich muss ihn runter. Ja, sehr schlechte Idee gewesen. Such a brave boy. Danke. Wie komme ich jetzt da hin? Fuck. Fuck, 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 fuck. Wie komme ich da hin? Ah, sehe ich irgendwas nicht? Ach. So viel dazu. Okay. So. Der ist einfach so süß. Das würde ich der niedlichste einfach. So. 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 Ja, der Kleine kann auch sterben. Ich wollte nicht, dass er tot sein wird. Dad, du gehst. Ich will Dr. zurück. Das ist furchtbar traurig. Ich habe auch echt Angst davor, dass sie irgendwann in der Geschichte ihn sterben lassen. Ich weiß nicht, dass sie nicht zurückkommen können. Ich weiß nicht, dass sie nicht zurückkommen können. Nein, es ist zu gefährlich. Es sind da auch Rats? Vielleicht... Ich weiß nicht, Hugo. Ich bin Angst. Sie werden uns finden, wenn es ständig ist. Wir sind sicher mit Laurentius. Komm schon. Sieht wirklich so gut aus. Ich mag auch Spiele, die so eine lineare Welt aufbauen, in der sie genau kontrollieren, was man sieht und was nicht. Es ist einer der Männer, der das Haus hat. Die Inquisition. Sie sind hier. Nicht gut. Nicht gut. Wie machen sie das? Sie sind nur verdammt Tiere. Ich kenne mich wie ein Ratsch? Wie soll ich es wissen? Ich sage, wir werden uns nie von diesen Häusern rausnehmen, die schuldige Lime benutzen. Was auch immer passiert. Wir müssen hier rauskommen, bevor der Sonne runterkommt. Sie lieben die Schmerzen. Also zurück zum Geschäft. Was ist ein altes Geräusch? Hahahaha. Danke, Luna. Und hi, Flo. Verpiss dich bitte. Nein. Nichts. Nichts hier. Vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Lauf, 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 Lauf Ich habe keine Wahl. Ich habe keine Wahl. Oh! Sorry. Ja, aber JRPGs sind grind heavy zwischendurch. Ja, aber es geht darum, wirklich eine Story spielen zu können, ohne grind. Ja, jetzt ist es mein Turnier. Es war nichts. Wieder? Du musst es sicher wissen. Videospiel-Logik. Rein, 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 rein. Okay. Gut gemacht. Amicia, wir müssen hier rauskommen. Nichts. Oh, weißt du es. Lass es. Und jetzt weiter, 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 weiter. Oh, nein. Sie haben die Färm gebrochen. Sag Herr Nicolaus, dass die Straße gebrochen ist. Einer Person oder Fahrzeug, der durchgeführt wird, wird geblieben und untersucht. Und was suchen wir genau? Ein fünfjähriger Kind. Du hast eine Runde. Brown hair, blühe Augen. Sie sprechen über mich? Ich meine... Ungewöhnlich. Der Kapitän des Purple Guard will sie leben? Sehr wichtig, habe ich gesagt. Der Herr Nicolaus hat seine Anrufe direkt vom Grand Inquisitor selbst. Also, schau deine Augen auf. Ich bin ein bisschen gestresst. Wow. Bis gleich. Oh Gott. Warum tue ich mir das an? Rot. Nichts. Ja? Wie? Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Ich muss ein neues Headset kaufen, also ein neue Kopfhörer, das Plastik bricht an der linken Ohrmuschel. Ja, die Kohle kriege ich ja jetzt zum Glück durch den Twitch-Stream, um dann wenigstens mal für 30 Euro so ein Ding zu holen. Warte mal. Ist das etwa eine... Was ist das? Ist das der Fuß einer Balliste? I don't know. Wir streamen nächste Woche zusammen. Ich bin gespannt. Yes, Yugo. Den meintest du wahrscheinlich. Was streamen wir denn nächste Woche zusammen? Was für ein Horrorspiel. Du hattest mir eins geschenkt, ne? Alles klar, das machen wir. Irgendwann beide einfach zusammen mit Team Speak rum. Okay. Let's go. Da müssen wir noch einen Weg finden, wie wir deine Cam in meinem Stream mit einbauen können, meinst du? Weil dein Internet ist ja zu langsam, um zu streamen. Ja, das kriegen wir schon organisiert. Wenn sie uns kümmern, werden sie uns wehren? Sie werden uns nicht kümmern, okay? Okay. Für das Spiel. Alter, Hugo. Bruder. Willst du die Gäste, um dich zu catchen? Mach das wieder! Entschuldigung. Wie er sich Sorgen macht um die Piggies. Wie er sich Sorgen macht um die Piggies. Wie es da riechen muss. Auch im Hühnerstall. Gott, der Geruch im Hühnerstall ist echt nicht gut. Oh, sie sind überall. Ich war sicher, dass sie nicht mehr bäst tomar. Und war es auch für mich nahe. Ja, doch hinter mir wärmer. Ich bin gegen dich. Ich habe ihn. Los XY,知道 alle drei, verab헌, ich bin peace. Das ist schön, die du auf gerade bist. Ich bin immer gut? Die sind die Kanseker. Ich bin nicht so gut. Komm schon. Es gibt nichts hier. Eh? Ah, du hast es. Ah, du hast es. Hm, Brüdi. Hm, Brüdi. Leave me alone. Leave Brüdi alone. Leave Brüdi alone. What was that noise? Nein. Ich kann auch nicht noch mehr tragen. Okay, okay, okay. Ja, nichts zu informieren. Okay. Let's go, Yugo. Oh. Oh. Let's go, Yugo. Gooo. Okay. Okay. Frag mich mal, wie es mir geht, damit es jetzt dunkel wird, Junge. Uh-oh. Hm. Oh. 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 Okay. Oh, oh. Ich bin auch super konzentriert jetzt. Kein Joke. Nein, 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 nein. Ratten kommen. Ich fühle mich lustig. Komm schon, du wirst reichen, wenn wir nach Laurentius' Platz kommen. Meine Hände... Es tut mir leid. Ich weiß nicht, was zu tun, Hugo. Was würde Mama tun? Geh mir Medizin. Ich kann dich tragen. Das ist das Beste, was ich tun kann. Komm schon, schau auf. Mama sagt, ich sollte nicht das Haus verlassen, du weißt. Ich weiß. Das muss sein, weshalb ich mich lustig fühle. Du bist nur leid. Ich liebe sie. Sie hat darunter auch gelitten. Das ist ja wohl mal absolut nachvollziehbar. Vier Jahre lang die eigene Mutter fast nicht sehen. Du bist absolut relevant. Und wie Mutter. Sie wird uns zur Sicherheit bringen. Alles klar. Es ist wahr, es ist gefährlich hier. Aber manchmal ist es auch Spaß. Du wirst einen Tag besser werden. Hm. Das sind die Tiere? Was auf der Erde passiert hier? Wir müssen jetzt vorsichtig sein. Du wirst runterkommen, Hugo. Ah, es wird in meine Schole. Oh, f*** dich, f*** dich, f*** dich. Oh, f*** euch alle. Ab ins Licht. Toll. Was tue ich jetzt? Run, 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 run. Run, 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 run Zurück kann ich auch nicht mehr alter wie was wie viele schweine es fällt mir jetzt erst auf schweine lawine das war so was von chios reise in zauberland und den dämonen kann ich nachvollziehen ich würde es so hart kotzen der geruch dazu so Gehen wir. Ja. Junge wie knapp zeitvermessen das ist hier we go here we go again no here we go again Okay, ich verstehe was wir tun müssen. Komm Hugo, du schaffst es. Wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Hallo, Laurentius. Schhh, Hugo, was wenn es nicht Laurentius ist? Entschuldigung. Ist das Daniel? Es ist schön. Es ist wirklich schmerz. Vielleicht ist es ein Monster. Vielleicht ist es auch nur von Ratten kontaminiertes Wasser. Wie er mit den Schweinchen redet. Was ist das? Was ist das? Erstmal in Ruhe umschauen. Think about it, while being in Corona Lockdown, it's not good to be alone. Careful, and then... Yeah... Alk... Knofi. Hier kommen Ratten, deswegen die scheiß Schinken. Es kommen gleich Ratten. Aber nachdem ich ihn treffe, werde ich auch Feierabend machen für heute. Eine Sekunde. Ach scheiß, es ist sehr schön, hat er wahrscheinlich gesagt. The abbreviation of a Latin formula, visitor intero, teriora, terrae, reti, was auch immer. The meaning visit the interior of the earth, and by rectifying what you find there, you will discover the hidden stone. This maxim sums up the alchemical philosophy based on the study of the fundamental nature of the elements, the surroundings, and how they are transformed. These initials are also another name of sulfuric acid. Syphiric acid is immer gut. Kann man gebrauchen. Jetzt sage ich nicht nein zu. Wer bist du? Magister Laurentius. Strip right there. Er ist contagious. Hugo. Hier. Die Inquisition kam. Wir haben alles verloren. Es gab nichts, was ich tun konnte. Ich... Natürlich. Sie kamen für ihn. Und... Und... Ein Wunscher. Ein Wunscher. Er fliegt durch deine Familie. In ihrem Blut. Ihre Mutter und ich haben versucht, zu verabschieden ihre Progresse. Aber seit dem großen Verlust, der Prozess hat sich schnell gesprungen. Sie müssen ihn beschädigen, Amicia. Sie müssen ihre Mutter weitergehen. Ich? Aber wie? Meine Eltern haben versucht, und jetzt sind sie beide tot. Geh mir allein! Sie sind hier. Die Rechte sind gefährlich, aber nicht organisiert. Die Inquisition, aber... Sie suchen den Juni. Wir müssen uns aufhören. Gehen wir zum Chateau d'Ambrage. Lucas, geh zur Bar. Du wirst den Ignifer... Aber nicht versuchen, zu sprechen. Ich werde mich selbst prüfen. Alter Verwalter. Wir müssen schnell gehen. Du kannst mir helfen, die Ignifer zu machen. Das wird uns von den Rats beschützen. Komm, Hugo. Ich will nicht, dass du hier hier bleiben willst.